Was sagen wir erstmal in Deutsch, ne? Was sagt man denn? Herzlich willkommen in der Schweiz in Winterthur! Okay, noch einmal, ja. Schneid, schneid! Herzlich willkommen in der Schweiz in Winterthur! Noch einmal! Herzlich willkommen in der Schweiz in Winterthur! In English. Herzlich willkommen in der Schweiz in Winterthur! Now, I'm not sure if the people will come. So, welcome! Welcome in Switzerland in Winterthur! In Französisch. In Französisch! Ja, willkommen in Switzerland in Winterthur! Yay! Zapraszamy serdecznie na spotkanie do Szwajcarii in Winterthur! In Russisch. Okay, jaka jest? Przygłaszajem na wstrieczu bajkierskich klubów w Szwajcarii w Winterthur! Hjärtligt välkomna till Schweiz, till Winterthur! Woo! Great! Deutsch? Habtie! I always tried to compare it! I get up! Bye! I buy it, I got it! Here I got severe! I ship!